UNA Europa ist ein Zusammenschluss von europäischen Universitäten, zu denen eben auch die Freie Universität Berlin gehört. Die Universitäten gehören zu den ältesten und führenden Universitäten Europas. Insgesamt bilden wir fast eine halbe Million Studierende aus. Und wir haben uns zusammengefunden, um innovative Formate auf den Weg zu bringen. Neue Dinge in Forschung und Lehre zu entwickeln, die wir so als einzelne Universitäten nicht erreichen könnten. Für uns als Freie Universität Berlin spielt UNA Europa eine wichtige Rolle in unserer universitären Strategie. Wir wollen die Universität der Zukunft gestalten. Und wenn man eine Universität der Zukunft bauen möchte, dann muss man die zentralen Herausforderungen der Zeit im Blick haben. Und um das gut zu schaffen, haben wir uns Fokusbereiche ausgewählt, in denen wir gemeinsam arbeiten wollen. UNA Europa heißt für mich europäischer Campus der Zukunft. Und die Verbindung zwischen den Universitäten und den Studierenden. Und dann heißt UNA für mich, dass ich mein eigenes Universitätsleben in der Zukunft, wie ich mir das vorstelle, dass ich da aktiv mitgestalten kann und dass ich Initiativen dazu umsetzen kann, dass wir uns international connecten können. Durch UNA haben wir als Studierende einfach eine Stimme. Wir treffen uns alle zwei Wochen. Und wenn wir jetzt eine Idee haben, wenn wir irgendwas Bestimmtes machen wollen, dann haben wir auch die Reichweite, um sowas umzusetzen. Mit UNA Europa verbinde ich die Idee eines gemeinsamen transeuropäischen Forschens und Lehrens in einem geeinten Europa. Der BA European Studies ist ein interdisziplinärer Studiengang oder transdisziplinär genau genommen. Aus den Fächern Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Geschichte. Und alle diese Disziplinen steuern im Grunde genommen die Aspekte bei, die sich auf Europa beziehen. So, dass alles im Hinblick auf Europastudien konzipiert ist. Und in diesem Studiengang ist vorgesehen, dass man an zwei Universitäten im Ausland studiert. Und das ist der ganz wesentliche Vorteil, den wir für unsere Studierenden da sehen. UNA Europa ist natürlich für uns eine hervorragende Plattform, um interdisziplinär komplexe Themen aufzugreifen. Keine Universität, keine Fakultät hat die Kapazität, alle Fragen, die sich in einer Themenvielfalt wie in One Health widerspiegeln, alleine zu bearbeiten. Und deswegen ist, glaube ich, diese europäische Kollaboration einfach essentiell, hier auch einen signifikanten Schritt nach vorne zu tun. Ich sehe, dass UNA Europa natürlich als Plattform auch eine ganz wesentliche Funktion hat, neue Forschungskonsortien zu entwickeln. Ich sehe es einfach als eine Plattform und das Geld, die Anschubfinanzierung, vernetzt uns ja zunächst einmal. Und daraus muss die nächste Stufe kommen, das heißt Forschungsanträge, die dann eben auch für Forschung natürlich in Europa gemeinsam genutzt werden können. UNA Europa für mich persönlich ist total spannend, weil unglaublich viel passiert. Es geht wirklich darum, was anzustoßen und das macht natürlich Spaß daran, teilzuhaben. Die besondere Aufgabe der FU in der Hochschuladienz von UNA Europa ist, dass die FU für Community Building zuständig ist. Das heißt also, dass es neben konkreten Projekten und Initiativen und Aktivitäten darum geht, die Menschen zusammenzubringen und in die verschiedenen Statusgruppen zu vernetzen. Und gemeinsam eben eine Idee oder eine Vision eines gemeinsamen europäischen Campus schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017